Hallo, ich bin Peter Haas, Schlagzeuger und Leiter des Dram Camp Dramarosa. Das Camp findet immer in der ersten Juliwoche statt. In diesem Camp machen wir Body Percussion, wir lernen rhythmische oder technische Übungen am Pad, am Schlagzeug werden neue Grufs, neue Stile, Fillings dazu kennenlernen, vielleicht neue Spieltechniken, aber das Beste am Ganzen ist, wir sind eine ganze Woche am Schlagzeug mit gleichgesinnten, motivierten, inspirierten Leuten und es setzt sich von morgen bis abend nur mit dem Schlagzeug auseinander. Und wenn du jetzt immer noch fragst, warum Arosa, sage ich dir nur, darum Arosa. Bis zum nächsten Mal.